Außer Dienst ist ein nachgestellter Zusatz zur Amtsbezeichnung bzw. Dienstbezeichnung oder zum Dienstgrad von Beamten, Richtern, Berufssoldaten und anderen Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis standen und sich nicht mehr im aktiven Dienst befinden. Dieser Zusatz kennzeichnet bei Beamten in der Regel den Eintritt in den Ruhestand, aber auch andere Formen des Ausgeschiedenseins aus dem Dienst. Die Führung des Zusatzes a. d. ist zum Beispiel für deutsche Bundesbeamte im 86 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Bundesbeamtengesetz geregelt. Ein Auszug. Für entlassene Beamte, die mit der Entlassung grundsätzlich alle Rechte aus dem Beamtenverhältnis verlieren, besteht dagegen kein Anspruch auf Weiterführung der Amtsbezeichnung. Insofern gilt 39 BBG. Entsprechende Regelungen befinden sich auch in den Beamtengesetzen der Länder. Ehemalige Soldaten führen nach dem Ausscheiden bis zum Ende der Wehr- bzw. Dienstleistungspflicht den Zusatz der Reserve zum Dienstgrad. Berufssoldaten können nach Erreichen der Altersgrenze ihren bisherigen Dienstgrad mit dem Zusatz außer Dienst weiterführen. Beamte außer Dienst bzw. im Ruhestand können unter bestimmten Voraussetzungen auch wieder in Dienst gestellt werden. So geschehen beispielsweise mit Ingeborg Knipper Oberstudienrätin a. die der Hamburger Schulbehörde, die aus dem Ruhestand reaktiviert und dann Leiterin des Amtes für Schule der damaligen Behörde für Bildung und Sport wurde, der Zusatz i. r. ist gesetzlich nicht geregelt und wird auch von ehemaligen Angestellten verwendet.